hier sind wir von youtube heute stelle ich euch mal wieder eine süßigkeit vor ich hoffe mal dass die extremst sauer ist und welche das ist das schauen wir uns jetzt erst mal an ja einmal vampire bitte die gibt es hier zum beispiel auf amazon zu bestellen sind aber zu teuer kauft sie euch ein teuerste ass da sind sie halt viel viel günstiger und dann schauen wir uns erstmal an wie sauer die wirklich sind und weiter geht's die zombie kenny gang plus diese super ekligen tennis balls hatte ich euch ja bereits schon in zwei videos vorgestellt heute schauen wir uns mal die boom vampire an ja so schaut dann die verpackung aus gefällt mir richtig gut vampire hier sieht man schon mal auf der rückseite natürlich wieder boah ich habe immer richtig viel zucker drin 86 gramm die anderen 80 gramm gehabt alles was ein buch zum großen stark werden braucht achte das ist ironie und hier hätten wir jetzt so einen kleinen vampire so schaut er aus das sieht schon mal böse aus die blaue kugel des todes da hätten wir sie jetzt eigentlich vergleichbar ich muss schon mal gerade was gucken das kenne ich ja genau mit der grünen kugel des todes das waren ja jetzt hier die zombies gewesen ja dann sage ich probiere das mal aus jetzt haben wir hier die vampire und dann schauen wir mal wie sauer die sind sie sind leicht sauer aber umhauen sie sind leicht sauer die das umhauen tut mir schnitt da war ich kaum nicht schlimmer das löst immer gut aber haut mich jetzt nicht um verbeißen und der innen drin da seht ihr dann den kaugummi muss man natürlich komplett runter nutzen dann kommt man den kaugummi auf ne war nix ich hab keine zeit ich hab hier nochmal den wer ist das mein vater mein vater mein vater mein vater mein vater ich muss mal kurz mit meinem vater runter moment ja keine helde gell lustig mal und sagen wir ob das so ist ach ja ich meine das ist ein gift hast du nichts zu her hm hast du nichts zu her warum soll ich dich denn vergiften ist es aber ist es aber echt nicht nix dann sind die zombies gut hast du die kamera vater das ist ja ekelhaft so das mache ich nur so das ende vom video das ist mein vater dann habe ich euch die vampire auch mal gezeigt laues lüftchen bisschen sauer nicht zu sehr und die zombies mein vater kann es bestätigen die waren bis jetzt am sauersten gewesen das soll ich jetzt mit youtube sagt tschüss bis zum nächsten video wenn sich wir sowas interessiert der kann ich gerne abonnieren